Ich lerne Deutsch. Nummer 15396 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Handle mit Integrität und bleibe deinen Prinzipien treu, auch wenn es schwierig ist. Handle mit Integrität und bleibe deinen Prinzipien treu, auch wenn es schwierig ist. Diese brisante Debatte spaltet die Gesellschaft. Was das genau bedeutet, erfahren Sie jetzt bei uns. Diese brisante Debatte spaltet die Gesellschaft. Was das genau bedeutet, erfahren Sie jetzt bei uns. Diese brisante Debatte spaltet die Gesellschaft. Was das genau bedeutet, erfahren Sie jetzt bei uns. Zur Planung einer Renovierung gehört auch die Auswahl von Farben und Materialien, um ein ansprechendes Ergebnis zu erzielen. Zur Planung einer Renovierung gehört auch die Auswahl von Farben und Materialien, um ein ansprechendes Ergebnis zu erzielen. Sie akzeptiert die Herausforderung bedingungslos. Sie akzeptiert die Herausforderung bedingungslos. Sie akzeptiert die Herausforderung bedingungslos. Sie nimmt die Herausforderung an, ohne Bedingungen zu stellen oder zusätzliche Forderungen zu erheben. Das ist eine wunderbare Art, Stress abzubauen und Freude zu teilen. Sei offen für Humor und lache oft. Sei offen für Humor und lache oft. Gleich esse ich dieses Ingwerplätzchen. Ich bin Schauspielerin in einem Märchenfilm. Gleich ruft mich der Regisseur. Ich bin Schauspielerin in einem Märchenfilm. Gleich ruft mich der Regisseur. Ich bin Schauspielerin in einem Märchenfilm. Gleich ruft mich der Regisseur. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich bin Schauspielerin in einem Märchenfilm.